Ja, und herzlich willkommen zu einem weiteren Farmerama-Video. Ja, heute bin ich ein bisschen verspätet, aber es klappt. Immer noch. Ah, der 48 Stunden Erntehelfer ist vorbei. Jetzt muss ich wieder Erntehelfer-Coupons nehmen. Ich habe jetzt gerade eben aus Green ein paar Tiere gefüttert, also geerntet. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, hier ist auch alles fertig. Gut. So. Weiter geht's. Hier. Also, noch ein paar Tage und dann habe ich es geschafft. In einer Woche geht es los mit der praktischen Prüfung. Und wenn ich die hinter mir habe, kann ich entspannt gehen. So, hier mal ein bisschen da. So, immer ein bisschen mehr hier. So. So, da noch. Warten, warten, warten und ernten. Ernten, 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 ernten. So. Tak, tak, tak. Da benutze ich nur das hier. Da brauche ich den Erntehelfer nicht. Ah, hier noch ein bisschen. Na. Kommt jetzt noch ein Sternchen. Nein, ich muss, brauche noch 109 Sternchen. Gucken. Was haben wir hier so? Oh, nee. Alles voll. So, und jetzt gehe ich zum dem hier. Zu dem wollte ich die ganze Zeit schon. Aber ich wollte erst was anderes machen. So, gucken, was erwartet mich hier hinter. Oh, 50 Superdünger. Wahnsinn. Wie schlaube ich jetzt? 427. Ja. Das war eigentlich das jetzt das Video von heute. So. Was haben wir hier noch? Wölfe, Schwan. Ja, das war das, was ich bei diesem Ding rausbekommen habe. Draußen statt Pink. Ja, das war noch das auch ein gutes. So. Der braucht noch gut 24 Stunden. Ja, bei diesem Event mache ich jetzt erstmal nichts mehr. Ich könnte... Ah. Warte mal, was... was gibt es da jetzt Hauptpreis? Da gucke ich mal eben. Glasfrosch. 50 Sternchen. Ne. Also jetzt noch nicht. Ja. Das war's eigentlich wieder. Mit diesem netten Video. Also bis zum nächsten Mal. Euer Korgantou bei Pharma-Ramma. Ja. Hahaha. Gut.